das ist wild das ist richtig wild das ist auch genauso wo ich sagen würde ist genau mein stil mit so was durch die gegend zu fahren geil das ist so eine kranke scheiße guckt euch das an ja läuft ein bisschen musik ich hoffe wir kriegen kein ärger mit der gema hier guckt euch mal diese schön motorräder mopeds an da steht das ding noch mal so ein bisschen kaputt aber hier steht es ein bisschen besser schaut euch das mal an wer immer das konstruiert hat der muss wirklich krank gewesen sein aber mir fällt gerade was ein das sieht ja wirklich ein bisschen ulkig aus scheinbar wohl früher eine rennmaschine also ich kann mir kaum vorstellen dass das ding eine straßen zulassung hat allein schon weil dort keine beleuchtung verbaut ist kein stopp licht kein rücklicht keine blinker nix deswegen gehen schöne grüße raus an unseren helden der kindheit werner beinhardt an den herrn brösel ist das geil ist das geil hier noch etliche motoren hier haben wir einmal eine puch und da ist auch noch mal eine von 1907 das ist wild hier genau so was so was so was suche ich genauso so eine eine packtasche könnte man für meine simson nehmen und dann einfach dieses volkspolizei logo anstatt es drauf zu kleben drauf zu nähen klein hat nicht viel gewicht und für kupplungsbautenzug gasbautenzug bremsbautenzug für das zweitaktöl zum mischen und für ein bisschen fliegzeug und werkzeug reicht das voll und ganz aus hier schaut mal hier kleinstverbandskasten kraft radverbandskasten mit bestellnummer nein ist das geil diese maschine feiere ich total will nicht schade aber diese 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 konstruktion mit den rahmen so dass das ist ultra mega cool glaube ich gehe einfach jetzt mal hier so mittig durch drehe mich so ab und zu mal wie gesagt ihr könnt immer mal wieder das video pausieren wahnsinn wie die motoren früher gebaut wurden hier guckt euch das mal an was die da früher alles gemacht haben das ist echt wild ja selbst von 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 erko und von opel die lampe die lampe die feiere ich wild hier guckt euch das mal an hier haben wir irgendwas motorbike einfach so ein fahrrad ganz normales fahrrad und wenn man denn vielleicht längere strecken gefahren hat um vielleicht den menschen zu entlasten von smith motor hat man einfach dieses diesen motor auf ein rad da wo normal der hauptständer sitzt einfach hier so das ganze irgendwie alles hier so verbunden keine ahnung und und ja einfach nur wild ja der herr kopf hier vom ps speicher den das hier gehört der scheint wohl ein mega sammler zu sein radex von sachs ist die schön da werden träume in mir war stellt euch mal vor hier so ein jubiläums zweirad von hahn kenne ich gar nicht die marke aber stellt euch mal vor mit sowas noch auf der straße zu fahren ja die victoria da hat sogar noch ihre anhängerkupplung hinten dran wild und noch das nummernschild ich feiere das ich feiere das richtig wahrscheinlich werden wir hier noch ein zweites mal reingehen müssen alles werde ich jetzt glaube ich gar nicht hier von triumph und co festhalten können weil wir sind ja noch wegen etwas anderem hier ich habe mein ladekabel dabei so ist es nicht aber naja ich äh um alles mal so drauf zu kriegen marschiere ich jetzt mal hier so durch hier 1935 auch eine herkules nürnberger herkules werke ag ach wie wild das alles hier ist so der vater von meiner mutter ist ja 1928 geboren und in den 30er jahre so eine t500 also da war gerade mein opa zwei jahre alt der vater von meiner mama und dann fuhren schon solche schönen maschinen rum das ist einfach nur der wahnsinn leider gottes lebt mein opi nicht mehr aber hier haben wir noch eins von 1927 eine triumph hier nochmal vorsichtshalber noch so ein filter zwischengesetzt mal gucken hier schaut euch die mal an das sieht wirklich aus wie so eine wie so eine banane der krümmer der ist einfach nur reingesteckt und da an der seite am rahmen mit so einer strebe festgemacht und dass das so hält das ist echt Wahnsinn ich habe schon gerade richtig großes Lob bekommen als sie schon so mein kleines werk gesehen haben was ich denn so gerade schon so gezaubert habe aus meiner der simson s 53 habicht bkw wankel 2000 und fällt euch was auf herkules wankel 2000 abgesehen von den tanks wobei die sind naja doch der tank ist ein bisschen hier so geformt und der ist so ein bisschen der ist ein bisschen anders geformt ist das bis auf kleine details sag ich jetzt mal so ist das ziemlich gleich hier ähm liter fahrzeug von herkules herkules hier sogar und eine bundeswehr ja auch hier und da haben sie wie bei der mofa dieses kleine cockpit einfach das ja hier haben wir noch eine horex frisch eingeliefert man sieht sie ist noch ziemlich verpackt soll wahrscheinlich auch so sein ein rebellsport 80 l horex rebellsport 80 l das ist der wahnsinn hier ey oder sowas hier das würde mich ja auch mal reizen zu fahren aber auch selber zu besitzen so kolumbus auch von horex das ist einfach das kann man das kann man einfach mit mit wörtern einfach nicht beschreiben leute was man hier sieht das ist einfach unglaublich wanderer sportmodell 4,5 ps jeder normale mensch hat ein zündkerzen stecker da wird da wurde einfach nur dieses kupferkabel mit diesen dingen da einfach auf die zündkerze auf den kontakt einfach nur festgeschraubt ich komme jetzt gerade auf den namen nicht guck 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 gu ja auch eine kleine wanderer würde mich nicht wundern wenn die nur aber auch die kleinen kann ich mir gar nicht vorstellen dass die vielleicht nur 50 kubik haben oder so vielleicht 60 oder so was ich weiß es gar nicht auch hier zum beispiel das mit diesen bremshebel das feiere ich total das ist einfach nur geil so wir müssen